Hallo, ich bin Dennis. Ich bin der Teamleiter der Förderzusicherung bei der Bewerbungscode GmbH. Heißt eben, dass ich zuständig bin, unsere Interessenten dabei zu begleiten, den gesamten Prozess bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter in die Wege zu leiten und auch gemeinsam eben diese Förderung durchzusetzen. Das heißt wiederum natürlich, dass ich täglich sehr eng mit den Agenturen oder den Jobcentern und den jeweiligen Arbeitsvermittlern zusammen arbeite und im Austausch stehe und natürlich auch mit den Interessenten, wie gesagt, um dann möglichst auch zeitnah starten zu können. Also dem Arbeitsvermittler ist es besonders wichtig, dass du überzeugt bist von der Begleitung bzw. von dem Bildungsträger. Bedeutet, du hast freie Trägerwahl. Das ist ganz wichtig. Und ich sage immer, das steht und fällt mit der Einstellung der Kunden der Agentur bzw. des Jobcenters. Und wenn dein Vermittler, deine Vermittlerin feststellt, dass du das gerne machen möchtest mit dem Bildungsträger, den du dir ausgewählt hast, weil der Plan stimmt, weil die Chemie bestenfalls auch passt, dann steht dem Ganzen in der Regel nichts im Wege. Vielleicht kennst du es. Dein Arbeitsvermittler wird dir zu Beginn schon sagen, dass er dir gar nicht helfen kann oder aber er lässt dich komplett in Ruhe oder eben du kriegst Angebote, mit denen du nicht viel anfangen kannst. Und genau hier kommen Bildungsträger wie wir ins Spiel. Das heißt, die Arbeitsvermittler wissen meistens, dass es Experten gibt, die dir eben helfen können, weil sie eben jeden Tag das tun und nichts anderes. Und das bedeutet hier eben, dass du als Akademiker, Fach- oder Führungskraft eben auch auf diese Unterstützung zugreifen solltest und auch darfst, um das Ganze dann auch möglichst erfolgreich gemeinsam umzusetzen. Also zuallererst mal bewirbst du dich bei uns auf ein kostenfreies Vorgespräch, in dem wir dann erstmal gemeinsam prüfen und schauen, ob und wie wir helfen können, ob das Ganze passt. Wenn das dann der Fall sein sollte, wirst du quasi ein Strategiegespräch führen, ein individuelles mit einem unserer Strategieberater oder dem Sebastian persönlich. Und dort wird dann eben, wie der Name schon deuten lässt, eine individuelle Strategie für deinen Bewerbungsprozess auf dich abgeschnitten, mit dem wir dann eben, ja, erfolgsorientiert eben weitermachen möchten. Und das bedeutet eben, wenn da die Chemie, der Plan und alles stimmt, dann gehen wir gemeinsam eben die Agentur für Arbeit an, beziehungsweise leiten die nächsten Schritte ein, um dort diese Förderung gemeinsam zu beantragen. Und dann dauert das in der Regel zwei bis drei Werktage, bis das dann erledigt ist, ist mit wenig Aufwand verknüpft und dementsprechend kann es dann auch schon zeitnah losgehen. Und wir schauen, dass wir dich zeitnah wieder Lohn und Brot bekommen. Keine Sorge, du musst gar nicht selbst bezahlen. Es können keine Kosten für dich entstehen. Liegt einfach daran, dass wir als AZ-AV zertifizierter Bildungsträger ausschließlich über diesen Weg arbeiten, über die Förderung seitens der Agentur, beziehungsweise dem Jobcenter. Das heißt, alles, was wir bis zum Start der Begleitung planen, besprechen, gemeinsam machen, ist für dich kostenfrei und auch für die Agentur oder das Jobcenter. Und alles, was danach folgt, basiert auf dieser Förderung. Bedeutet dementsprechend im Umkehrschluss, es gibt gar keine Selbstzahlungsmöglichkeiten bei uns. Das heißt, der Worst Case ist einfach, dass diese Förderung aus welchem Grund auch immer, der sehr selten vorkommen kann, dass eben diese Zusammenarbeit ab diesem Zeitpunkt nicht stattfinden kann, dass wir dich da nicht begleiten können. Aber es können keinerlei Kosten auf dich zukommen. Du kannst auf keinerlei Kosten sitzen bleiben. Solltest du dich jetzt angesprochen fühlen, Hand aufs Herz, du hast noch keine zwei, drei Jobangebote auf dem Tisch liegen, Arbeitsverträge vorliegen, dann kannst du jetzt eben auf den Link unter diesem Video klicken, dich bei uns auf ein kostenfreies Vorgespräch bewerben, in dem wir dann gemeinsam prüfen, ob und wie wir dir helfen können, ob das auch mit der Förderung alles möglich ist bei deiner Agentur für Arbeit, beziehungsweise im Jobcenter und wir dann eben gemeinsam schauen, dass dieses Szenario der zwei, drei Jobangebote auf dem Tisch auch bald zur Realität wird.